Rudi Regenbogen und die verlorenen Farben Los geht's! Frühstück bei Rudi 30 Grad, Sonne, schönes Wetter den ganzen Tag Hitzewelle Oh toll, dann mach ich mich gleich auf den Weg zu Willi Wirlsturm Im Garten macht Spielen noch viel mehr Spaß Pass auf dich auf Rudi, ich muss jetzt ins Büro Wie es scheint, gibt es heute für mich einiges zu tun Willi und Rudi spielen mit Sören Schneeflocke und Stella Stern im Garten Ganz schön warm heute Wer will Verstecken spielen? Ich suche zuerst Gute Idee Willi, ich weiß schon, ein gutes Versteck Harald Hurricane genießt seinen freien Tag am Pool Aber macht nichts kaputt Kinder 3, 2, 1, ich komme Ich habe doch gerade gesagt NICHTS kaputt mach Oh man! Huch! Huch! Kann man hier nicht mal in der Welt sparen? Oh, die kleine Farben sind ja weg. Die hat bestimmt der Sturm weggepustet. Hm. Was machen wir denn jetzt? Oh oh. Oh je, das war wohl ein bisschen dolle. Wie sollen wir das nur deiner Mutter erklären, Philipp? Da kommt sie auch schon. Oh nein, der schöne Garten. Rudi, was ist denn mit dir passiert? Hallo Frau Brise, meine Farben sind weggeflogen. Was tut das, Harald? Das haben wir gleich. Kommt, wir schauen mal im Garten nach und wirbeln das Laub auf. Was ist das, Harald? Was ist das, Harald? Was ist das, Harald? Was ist das, Harald? Hast du schon mal einen Drachen steigen lassen? Dann weißt du bestimmt, dass das nur an windigen Tagen funktioniert. Ich zeige dir jetzt, wo der Wind herkommt. Wenn die Sonne die Erde anstrahlt, gibt es Stellen, die schneller warm werden. Land erwärmt sich viel schneller als das Wasser im See oder im Meer. Dort erwärmt sich auch die Luft. Du kannst sie zwar nicht sehen, aber sie ist immer in Bewegung. Wärmere Luft ist leichter, deshalb steigt sie auch viel schneller nach oben. Da, wo die warme Luft war, ist jetzt eine Lücke und die muss ganz schnell mit neuer Luft gefüllt werden. Jetzt kommt die kalte Luft ins Spiel. Sie versucht, die Lücke zu füllen und überzeugt auf dem Weg dort den Wind. Ich bin eine Brise und bestehe aus Luft, die sich nicht so schnell bewegt. Mein Mann, Harald, ist dagegen ein besonders schneller Wind. Jetzt probier nur mal Wind zu machen. Dann können wir das Laub im Garten ganz schnell wegpusten. Gleich entsteht eine große Lücke. Schiebe mich dann dorthin. Das hast du super gemacht. Komm gleich nochmal. Und jetzt nochmal mit richtig viel Kraft. Und jetzt nochmal mit richtig viel Kraft. Schau mal, Hundi, da hinten liegt ein Rot. Schau mal, Hundi, da hinten liegt ein Rot. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Oh, das ist schon viel besser. Herr Hurricane, können Sie mir das erklären? Wir hatten heute Sonnenschein vorausgesagt. Sie haben doch heute Urlaub. Und was ist mit dir los, Rudi? Du bist ja ganz blass. Hallo, Herr Bürgermeister, Rudis Farben sind einfach weggeflogen. Haben Sie vielleicht gesehen, wohin? Nein, Sören, leider nicht. Aber vielleicht kann euch ja Herr Polarstern im Fundbüro weiterhelfen. Das ist eine gute Idee. Bei meinem Papa wird alles Mögliche abgegeben. Viel Glück, Kinder. Und entschuldige bitte, Rudi. Peter Polarsterns Fundbüro Hallo, Papa. Hat bei dir jemand Farben abgegeben? Rudi hat seine nämlich verloren. Da muss ich schauen, Stella. Irgendwo müsste ich einen Wasserfarbkasten haben. Wo liegt er nur? Ich bin schon wieder ganz durcheinander. Kinder, helft mir doch bitte mal. Hallo, hier spricht der Bürgermeister. Es gab gerade einen kleinen Zwischenfall. Aber keine Panik. Alle machen so weiter wie besprochen. Denken Sie dran, 30 Grad und Sonnenschein. Uff, mir brummt ganz schön der Kopf. Mein schönes Sternbild ist völlig durcheinander geraten. Sternbilder sind Gruppen aus Sternen, die zusammen ein Bild ergeben. Schon vor Tausenden von Jahren erkannten die Menschen verschiedene Dinge und Figuren im Nachthimmel. Sie gaben ihnen Namen und dachten sich Geschichten dazu aus. Es gibt zwei Sternbilder, die aussehen wie Schubkarren. Deshalb nennt man sie den kleinen und den großen Wagen. Sie sind fast das ganze Jahr am Himmel zu sehen. Wenn du diese beiden Sternbilder entdeckt hast, kannst du auch mich ganz leicht finden. Ich bin der erste und hellste Stern am Griff vom kleinen Wagen. Während die anderen Sterne ihre Positionen am Himmel verändern, dann bleibe ich immer an derselben Stelle. Ich stehe fast genau über dem Nordpol. Wenn du mich siehst, blickst du immer in Richtung Norden. Aber bei diesem Wirrwarr kann das ja nicht funktionieren. Bitte bring den Sternenhimmel wieder in Ordnung. Die Sterne vom kleinen Wagen sind nicht da, wo sie sein sollten. Kannst du sie wieder an die richtige Stelle schieben? Juhu! Jihah! Juhu! 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 Super! Guck doch heute Nacht in den Himmel und versuche mich zu finden. Denk dran, halte einfach Ausschau nach dem Schubkarren. Das hat dir toll gemacht. Jetzt kann ich auch wieder klar denken. Hier ist ja der Farbkasten. Komm, mal mich bunt an. So viele schöne Farben. Na immerhin, eine Farbe mehr ist wieder da. Aber wo sind denn die anderen vier Farben geblieben? Wir müssen weiter suchen. Lasst uns meine Oma um Rat fragen. Hier fällt immer etwas ein. Viel Erfolg, Kinder! Ja, Rudi, was hast du denn angestellt? Oma, meine Farben sind weggeflogen. Hast du sie vielleicht gesehen? Nein, aber ich habe da eine Idee. Probier' ihn gleich mal an. Der ist ein bisschen groß geraten. Aber da wächst du sicher schnell rein. Vielleicht kann uns ja dein Papa helfen, Rudi. Im Botanischen Garten bei Walter Wolke Hallo, Papa, ich habe meine Farben verloren. Wie konnte das denn passieren? Ach, Rudi, wie konnte das denn passieren? Guckt mal mit. Ich glaube, ich habe da was für euch. Hallo. Zufällig habe ich gerade eine neue Pflanzenart entdeckt. Das hier ist der seltene Baumus Buntus. Herr Wolke, da wächst ja gar nichts. Damit die Pflanze wachsen kann, brauchen wir natürlich noch Regen. Bei Regen ärgerst du dich, weil du im Haus bleiben musst. Doch Regen ist sehr wichtig, denn ohne ihn könnte keine Pflanze wachsen. Ich zeige dir jetzt, wie so ein Regenschauer entsteht. Die Sonne spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Mal sehen, ob der Baumus Buntus danach wächst. Ohne die Sonne gäbe es nämlich auch keinen Regen. Wenn die Sonnenstrahlen auf Seen oder das Meer treffen, wird das Wasser an diesen Stellen wärmer. An der Oberfläche steigen winzige Wasserteilchen auf. Die sind aber so klein, dass du sie nicht sehen kannst. Sie werden immer leichter und steigen immer höher. Auf dem Weg nach oben wird die Luft um die Wasserteilchen herum kälter. Wenn immer zu kalt wird, rücken sie enger zusammen und verbinden sich zu Wolken. Es kommen ständig weitere Wasserteilchen von unten dazu, bis es in der Wolke so eng wird, dass sie sich zu kleinen Tropfen verbinden. Die Tropfen werden immer dicker, bis sie zu schwer sind und aus der Wolke fallen. Das heißt dann Regen. Komm, wir machen auch so einen Regenschauer. Brrrr, ganz schön kalt hier oben. Hallo, da bin ich wieder. Von Regentropfen ist aber noch nichts zu sehen. Schieb die Wasserteilchen in mich hinein, damit sich dicke Tropfen bilden. Super, noch ein paar mehr. Prima, lass uns gleich nach dem Baum sehen. Das kitzelt. Seht ihr? Durch den Regen konnte der Baumus Buntus wachsen. Probier gleich mal eine Frucht, Rudi. Rudi, du hast ein Gelb zurück. Super, danke für deine Hilfe, Papa. Kommt, wir machen uns auf die Suche nach den anderen Farben. Wir könnten ja mal zu Professor Hagelkorn gehen. Gute Idee. Dem fällt bestimmt etwas ein. Viel Glück. Im Klassenzimmer von Helge Hagelkorn Rudi, bist du das? Wo sind denn deine Farben hin? Hallo, Professor. Rudis Farben sind einfach weggeflogen. Können Sie mir vielleicht helfen? Hochinteressant. Nun ja, ich könnte da ein Gegenmittel herstellen. Diese knifflige Aufgabe kann ich aber nicht alleine lösen. Ui! Darf ich mich zunächst vorstellen? Hagel ist eine besondere Art von Regen. Mich siehst du nicht so oft, denn ein Hagelkorn entsteht nur in großen Gewitterwolken. Gewitterwolken bilden sich meistens im Sommer. Dann sind die Sonnenstrahlen außergewöhnlich stark und dadurch können sehr viele Wasserteilchen in den Himmel steigen. Es entstehen riesige Wolken mit vielen Wassertropfen. In diesen Wolken ist es sehr windig und die Tropfen werden sehr weit nach oben gepustet. Ganz oben in der Wolke ist die Luft sehr kalt und die Wassertropfen gefrieren dort zu Eis. Sie werden schwer und beginnen wieder herunter zu sinken. Weiter unten treffen die Eiskörner dann Wassertropfen, die an ihnen kleben bleiben. Die Eiskörner werden also ein bisschen dicker. Wenn die Eiskörner unten in der Wolke angekommen sind, werden sie wieder vom Wind nach oben gepustet. Auch dann bleiben Wassertropfen an ihnen kleben. Das passiert so oft, bis die Eisklumpen zu schwer werden und zum Boden fallen. Das nennt man dann Hagel. Manche Hagelkörner können so groß werden wie Fußbälle. Jetzt habe ich drei Fragen an dich. Beantworte sie richtig und hilf mir beim Brauen von Rudis Trank. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst. Weißt du noch, woraus ein Hagelkorn besteht? Ein Hagelkorn besteht aus Zucker, Wasser oder Plastik. Ja, genau, sehr gut. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Wo entsteht Hagel? Vielleicht in einem Vulkan? Oder in hohen Bäumen? Oder etwa in einer Wolke? Richtig. Welche Zutat nehme ich denn jetzt? Eine Frage habe ich noch für dich. Weiter geht's. Wie groß war das größte Hagelkorn, das jemals gefunden wurde? So groß wie ein Fussball? Oder so groß wie eine Glühbirne? Oder so groß wie ein Elefant? Gut gemacht. Den Trank hast du dir verdient. Ich werde ihn sofort fertigstellen. Ich werde ihn sofort fertigstellen. Seh kühnchen. Interessante Reaktion. So, Rudi, Nase zuhalten und runter damit. Der Trank hat gewirkt. Du bist fast wieder der Alte. Juhu, nur noch zwei Farben. Vielen Dank, Herr Professor. Kommt, wir müssen weitersuchen. Es wird schon bald dunkel. Viel Erfolg. Wir sehen uns ja morgen im Unterricht. Vor der Wetterschule. Welche Farbe wohl als nächstes kommt? Blau natürlich. Aber wie bekommen wir die Farbe aus den Laternen? Hallo Kinder, habt ihr schon hier sehen? Alle Laternen leuchten blau. Ich reparier das lieber, bevor der Bürgermeister etwas davon mitbekommt. Das funktioniert nicht. Ich habe wohl ein bisschen zu wenig Energie. Helft mir doch mal kurz. Das in einer je Witterwolke viel los ist, reißt ihr ja schon. Damit es blitzt und donnert, muss aber erst Energie entstehen. Lasst uns mal näher in die Wolke schauen. Stell dir vor, in der Wolke steigt eine große Party und alle Regentropfen und Eiskörner feiern mit. Denn kann ganz schön eng werden. Durch den Wind werden die Tropfen und Eiskörner ständig durch die Wolke gewirbelt. Und wenn sie sich treffen, dann reiben sie sich aneinander. Bei so viel Reibung wird die Wolke elektrisch aufgeladen. Sie lädt sich so lange rum, bis die Energie als Blitz zu der Erde rast und lauter Knall entstehen. Eigentlich passiert das gleichzeitig, aber das Licht vom Blitz ist unglaublich schnell. Du siehst also immer zuerst den Blitz und hörst den Donner dann etwas später. Die Lanternen zu reparieren, brauche ich Energie. Komm, wir laden die Wolke elektrisch auf und bringen den Regentopf zu tanzen. Los jetzt! Tolle Musik! Juhu! Die Party hat schon angefangen. Lass uns ein bisschen aufmischen. Schüttel mal, damit es in der Wolke windig wird. Juhu! Super! Das sieht nach einer guten Party aus. Was? Das hat geklappt. Jetzt bin ich voller Energie. Wenn das blitzt, dann geh lieber schnell nach Hause. Dort bist du hier schützt. Das war's, Leute. Das war die letzte Saison. Feierabend! Oh, Gott! Jetzt fehlt nur noch eine Farbe, Rudi. Viel Erfolg bei der Suche. Ich bin spät zum Abendessen dran. Na, Kind, wenn da kinder und ein Wetter gibt. Tschüss, Kinder! Auf der Mondlichtstraße. Seht mal, das Rathaus leuchtet lila. Herr Mond hat doch heute Nachtschicht. Sieht so aus, als hätte er meine letzte Farbe gefunden. Lasst uns gleich mal nachsehen. Sieht so aus, im Rathaus bei Manfred Mond. Herr Mond. Herr Mond, was machen Sie denn mit meiner Farbe? Oh, das war deine? Sie sah so lecker aus. Da hab ich sie einfach gegessen. Herr Mond, wie sehen Sie denn aus? Warum leuchten Sie lila? Sie sollten heute überhaupt nicht scheinen. Es ist doch Neumond. Ja, also das mit dem Abnehmen hat diesen Monat nicht so gut funktioniert. Sie müssen sich schon an den Trainingsplan halten. Kommen Sie mal mit. Damit ich abnehmen kann und zum Neumond werde, muss ich eine halbe Bahn um die Erde laufen. Was dabei genau passiert, erkläre ich dir jetzt. Ich habe kein eigenes Licht. Ich werde von der Sonne beleuchtet. Wenn du in den Himmel blickst und ich bin eine große, runde Kugel, dann nennt man das Vollmond. Die Sonne steht mir jetzt gegenüber und scheint mich genau von vorne an. Das ist aber nicht immer so, denn ich bin immer in Bewegung. Jeden Monat laufe ich auf einer bestimmten Bahn einmal um die Erde. Du kannst jede Nacht beobachten, wie sich dabei mein Aussehen verändert. Jede Nacht siehst du mich weniger leuchten, denn von der Erde aus kannst du dann nur noch einen Teil des Sonnenlichts aufheben. Das ist die Phase, in der ich abnehme. Sieh mal, jetzt ist Halbmond. So nennt man mich, wenn nur die Hälfte des Lichtes auf mir zu sehen ist. Ich nehme so lange ab, bis ich mit dem Rücken zur Sonne stehe. Jetzt strahlt sie mich direkt von hinten an und du siehst mich leider gar nicht mehr. Das nennt man Neumond. Dann laufe ich weiter und nehme wieder zu. Jetzt kannst du wieder Sonnenlicht auf mir sehen. Aber dieses Mal auf der anderen Seite. Wenn ich einmal ganz um die Erde gelaufen bin, ist wieder Vollmond und ein neuer Monat beginnt. Zeit abzunehmen. Uff, kannst du mir bitte dabei helfen? Lass Herrn Mond eine halbe Runde um mich herumlaufen, damit Neumond ist und die Vorhersage stimmt. Jetzt haben wir schon Halbmond. Weiter so. Schneller, Herr Mond. Na also, geht doch. Super, jetzt ist Neumond. Na, das sieht doch schon besser aus. Und du auch, Robi. Juhui. Meine letzte Farbe. Wir haben's geschafft. Aber, Herr Mond, warum gucken Sie denn so traurig? Ach, Willi. Und sein war schon irgendwie toll. Hm. Da fällt mir was ein. Oh, der passt ja wie angegossen. Vielen Dank. Der steht Ihnen wirklich hervorragend. Hahaha. Das war ja ein ganz schönes Wetterchaos heute. Hoffentlich halten sich morgen alle an die Vorhersage. Jetzt aber ab nach Hause. Es ist schon spät. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht, Herr Mond. Rudi, du strahlst ja so. Wie war denn dein Tag? Ach, eigentlich wie immer. Gute Nacht, Herr Mond. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Bürgermeister und heiße Erich Erde. Ich sorge dafür, dass sich jeder Bewohner an die Wettervorhersage hält. Hey du, ich bin Rudi Regenbogen. Willkommen in Novemberville. Ultraviolett und Infrarot sind meine Lieblingsfarben. Mein Name ist Susi Sonne. Ich liebe es, früh aufzustehen. Ich bin Walter Wolke und kümmere mich um jedes Pflänzchen. Ohne meine Gummistiefel gehe ich nicht aus dem Haus. Ich bin Sören Schneeflocke und komme aus dem Norden. Am liebsten esse ich Erdbeereis mit Schlagsahne. Hallo, ich bin Stella Stern und wohne in der Milchstraße. Und wie heißt du? Schön, dich kennenzulernen. Hey, mein Name ist Willi Wirbelsturm. Ich bin ganz schön schnell. Kennst du schon meine Mutter? Sie schwebt gleich neben mir. Oh, ich bin Betty Brise und reise gern ans Meer. Zu Hause habe ich eine riesengroße Drachensammlung. Ich bin Harald Harry Kane, Willis Vater. Heute habe ich frei. An meinem Freien Tag möchte ich nicht gestört werden. Hallo du, mein Name ist Bruno Blitz. Ich bin der Elektriker hier. Wenn es mal ein Problem gibt, bin ich Blitz schnell zur Stelle. Mein Name ist Vera Venus. Ich bin die Oma von Rudi. Ob du wohl auch so leidenschaftlich gerne strickst wie ich? Ich bin Professor Helge Hagelkorn und unterrichte an der Wetterschule. Hast du denn heute schon deine Hausaufgaben gemacht? Guten Tag, ich bin Peter Polarstern. Warst du schon in meinem Fundbüro? Du kannst dir nicht vorstellen, was da schon alles abgegeben wurde. Hallo du, ich bin Manfred Mond, der persönliche Assistent vom Bürgermeister. Ich arbeite immer bis spät in die Nacht und ich nasche sehr gern. Rudi Regenbogen und die verlorenen Farben 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 Vielen Dank.